Wir haben das Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Und zu Gast bei Freunden heißt vor allem auch, dass sich die Menschen, die Sportler und die Fans aus allen Teilen der Welt während dieser Weltmeisterschaft sicher fühlen. Und dazu brauchen wir Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Denn nur wenn die Sicherheit gewährleistet ist, wird es auch eine fröhliche Weltmeisterschaft, kann es ein wirkliches Fußballfest werden. Und dass dazu nicht nur die Polizeien von Bund und Länder, sondern Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus 13 europäischen Ländern ihren Beitrag leisten, das finde ich ist ein hervorragendes Symbol für europäische Einigung und Zusammenarbeit und für die Internationalität und die völkerverbindende Kraft einer solchen Fußballweltmeisterschaft. Having said that, I would like to welcome you once again here. Biggest challenge. Ich denke, es wird nicht so gut, wenn England getrennt. Ich denke, all die British Police wollen England so weit wie möglich und so gut in den Tournamenten gehen. Wenn England gut ist, dann hoffentlich die Fans behalten. Und sie werden auch ein guter Zeit haben. Der größte Herausforderung für uns, die Deutschen, ist, um unsere deutschen Fans zu unterstützen. Sie sind gut-known, sie sind freundliche Menschen, so ich denke, dass es keine Probleme gibt. Aber wenn es gibt, können wir mit ihnen sprechen, in ihrer eigenen Sprache. Und ihre eigene Polizei ist hier. Ich denke, in einer Weise, es ist sehr surprising, aber es funktioniert. Es ist besser, als wenn sie mit ihnen sprechen, in der deutschen Sprache. Sie können vielleicht nicht verstehen. Es ist dann eine gute Idee. Das ist nur aus England.